Tja, da habe ich nur einen Song vorgezogen. Okay, also denkt euch einfach, ich habe das zum nächsten Song gesagt. Wir machen jetzt einen anderen Song, weil sonst dauert das zu lange, dann muss die Gitarre gewechselt werden und so. Wir machen jetzt das so, wie die Musiker das wollen, manchmal muss man auch so, wie andere wollen, okay? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.